Hallo und willkommen zu Atheismus ist widerlegbar. Mir ist kürzlich gesagt worden, ich sollte doch mal einen Blick auf den Kanal Christologisch werfen und da das Video Atheismus ist widerlegbar kommentieren. Mach ich doch glatt. Es ist ein Video von einem Macher, der das Wort logisch im Kanalnamen trägt. Ich bin ja grundsätzlich ein netter Mensch und gehe davon aus, dass der Betreiber sich dabei etwas gedacht hat. Auch gehe ich davon aus, dass hier nicht böswillig und mit Absicht so dreist völliger Unsinn verbreitet wird, sondern durch einfache Ignoranz. Wobei man diese doch in zwei Minuten bei Atheismus TV durch Wissen hätte ersetzen können. Dafür sind wir ja da. Hat er aber nicht. Leider. Zu meinem letzten Short, Atheisten stellen keine Behauptungen auf, Fragezeichen, kam ein Kommentar, ihr könnt ihn hier sehen. Und es wird mir vorgeworfen, hier wird ein Teil aus einem Ganzen herausgenommen, um mal wieder so einiges zu verschleiern. Klar behauptet jeder Mensch so einiges, auch Atheisten, nur geht es in diesem Fall um die Belegung von Behauptungen zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts. Er bezieht sich hier auf ein vorheriges Video, das ich nicht kenne, aber selbst die kurze Erwähnung hier zeigt mir irgendwie so ein altes Problem. Theisten verstehen nicht, was ein Mensch ohne Götterglauben ist. Ich kann mich ohne Schwierigkeiten in die Denkschemata eines Theisten hineinversetzen. Umgekehrt geht das aber anscheinend nicht. Meine Person besteht aus ganz vielen Schubläden unterschiedlicher Größen. Und ganz unten irgendwo befindet sich eine winzige kleine Schublade mit dem Etikett Götterglauben. Und diese ist, wenn man so rauszieht, leer. Bei Apologeten ist sie hingegen riesengroß und rappelvoll. Genau das Gegenteil gilt für die Schublade mit dem Etikett Skeptik. Daher gilt für mich die Äußerung, es gibt keinen guten Grund an Götter oder Göttinnen zu glauben, also lasse ich es. Wenn mir aber jemand einen guten Grund liefern kann, dann glaube ich natürlich, dass Götter oder Göttinnen existieren können. Und wenn es dann noch ein spezifisches Wesen aus den, sagen wir mal 3000, die zur Wahl stehen, dann auch das. Nur bis das passiert, sollten Götter dahin, wo sie hingehören, ins Museum. Also, ja, es stimmt, der Mensch ohne Götterglauben stellt keine Behauptung auf, sondern lehnt lediglich blinden Glauben ab. Muss demnach auch nichts belegen oder belegen können. Wenn ich behaupte, es gibt mehr Jungfrauen, dann muss mich keiner widerlegen, sondern ich muss belegen, dass meine Aussage stimmt, dass es eben mehr Jungfrauen gibt. Sonst kann ja meine Behauptung ohne Beleg, ganz zu Recht, auch ohne Beleg abgelehnt werden. Das ist doch easy. Als Mensch mit all meinen Facetten stelle ich Behauptungen auf, na klar. Aber die muss ich dann auch belegen können. Nur in meiner Eigenschaft als Atheist, also Mensch ohne Götterglauben, da mache ich das ja gar nicht. Und das verstehen irgendwie die meisten Apologeten nicht, egal welcher Göttergemeinschaft sie angehören. Obwohl ein Christologisch das eigentlich verstehen müsste. Weil die YouTube-Funktion es nicht anders erlaubt. Hier führt er jetzt an, YouTube hätte ihn gezwungen, etwas zu machen, was wohl nicht ganz passend ist. Warum nimmt er dann etwas, was ihn einschränkt, anstatt das zu nehmen, was für eine ehrliche Antwort nötig ist? Anderen dann für die eigene Inkompetenz einen Schuss ins Knie vorzuwerfen, ist er wohl kaum angebracht. Was ich aber schon oft bei Christ-Apologeten bemerkt habe, ist die Angewohnheit, stets andere verantwortlich zu machen. Also auch hier. Für deinen Kommentar könntest du dich schämen und um Entschuldigung bitten, was aber natürlich Charakter voraussetzt. Oh, diese Ironie. Na gut. So, aber jetzt wird es wirklich konfus. Ist es hinsichtlich eines weltanschaulichen Standpunktes? Ich lasse es mal selber reden. Oder ist es hinsichtlich eines weltanschaulichen Standpunktes einfach nicht möglich, keine Behauptungen aufzustellen? Einfach nicht möglich, keine Behauptungen aufzustellen? Mann, ey, was ist das für ein Schwachsinn? Hinsichtlich eines weltanschaulichen Standpunktes. Echt jetzt? Laut Wikipedia ist eine Weltanschauung eine Deutung der Welt, der Gesellschaft, des Lebens. Und was hier interessant ist, die geschlossene Weltanschauung. Und da liegt das Problem. Die habe ich nicht. Ich habe hunderte verschiedene Weltanschauungen, je nachdem, was ich gerade betrachte. Es ist kein Netzwerk und nicht zusammenhängend. Der Apologet kann also seine Einstellung in keinster Weise mit meiner vergleichen, weil die Basis eine völlig andere ist. Ich glaube, dass hier die Wurzel des Problems ist, weshalb sich Theisten und besonders Apologeten hier so schwer tun mit der Realität. Ich kann sehr wohl eine Behauptung in Frage stellen, ohne selbst eine Behauptung aufzustellen. Nur scheint das für Apologeten schwer zu sein, das zu verarbeiten und zu akzeptieren. Wenn ich bezweifle, dass es mehr Jungfrauen gibt, stelle ich nicht automatisch die Behauptung auf, dass es keine gibt. Und ich habe da mal vor vielen Jahren ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, dass eine unbekannte Anzahl von Kaugummikugeln in einem Automaten sowohl gerade als auch ungerade sein kann. Eben, weil die Anzahl unbekannt ist. Wenn jemand behauptet, die Anzahl sei gerade und ich glaube es nicht, ohne Beleg, stelle ich nicht die Behauptung auf, die Anzahl sei ungerade. Noch deutlicher wird es, wenn es um Farben geht, weil meine Zweifel, dass die meisten Kugeln, sagen wir mal grün seien, nicht automatisch bedeuten, dass die Farbe rot der Fall ist. Es ist also völliger Blödsinn, sowas zu behaupten. Nur kann der Apologet hier im Video mit seiner stark eingeschränkten Sichtweise, das weder erkennen, noch verarbeiten. Jede Form des Atheismus... Oh weh, wie viele Formen des Etwas-Nicht-Glaubens gibt es denn? Wenn ich nicht glaube, dass Harry Potter echt ist, ist das anders, als wenn ich nicht glaube, dass es Aschenputtel gibt oder Batman oder Jesus? Wo soll da ein Unterschied sein? Na klar, als Skeptiker gehe ich dann weiter und behaupte, dass die Götter der Juden, Christen und Muslime nicht existieren. Nicht existieren können. Und das kann ich begründen und auch belegen mit Leichtigkeit. Deshalb schließe ich aber nicht die Existenz von übernatürlichen Wesen generell aus. Das wäre vermessen mit meinem limitierten Wissenstand. Also, mir tut es richtig weh, so einen Schmarrn zu hören. Atheistischen System. Also jede atheistische Form, jede atheistische Weltanschauung ist das Innewohnen. Ja, es ist schlimm, ganz schlimm. Was, bitteschön, ist ein atheistisches System oder eine atheistische Weltanschauung? Gibt es auch eine linkshänderische Weltanschauung oder eine kartografische Weltanschauung? Es ist alles Blödsinn, nur um seinen Gott zu schützen, der offenbar unfähig ist. Also in einem atheistischen Universum. Ein was? Ein atheistisches Universum? Das wird immer besser hier. Aber in einem hat er recht. Wir brauchen eure Götter nicht. Ich kann das Universum ohne Götter betrachten und brauche auch keine moralischen Monstergötter, um ein guter, friedlicher Mensch zu sein. Was hingegen, naja, schwachsinnig und völlig falsch dargestellt wird, ist... Ist Wahrheit, Wissen, Logik, objektive moralische Werte und Gesetzmäßigkeit der Natur möglich und begründbar? Naja, es werden hier verschiedene Sachen aufgezählt, wobei Objektive, also von menschlichen Einflüssen losgelöste Moral, die ist ja nicht möglich, weil Moral selber ja menschlich ist. Wenn du sie nicht begründen kannst, kollabiert dein Weltbild in selbstwiderlegendem Skeptizismus... Bitte was? Ein Weltbild kollabiert? Und zwar in was? In selbstwiderlegendem Skeptizismus. Wie soll das denn gehen? Skeptik ist doch lediglich systematisches Hinterfragen. Wie kann das sich selbst widerlegen? Oh Mann, ich kann doch nicht den komplett fehlerhaften Inhalt der Bibel oder des Korans nehmen, wenn ich in der Realität genau das Gegenteil dessen sehe, was dort beschrieben wird. Man muss doch bei der Wahrheit bleiben und seine persönliche Integrität bewahren. Also ich kann das. Nur ohne Götter, die ja keine konkreten und keine korrekten Informationen haben, können wir unsere Umgebung erfassen, analysieren und verstehen. Und zwar richtig. Indem wir von Daten zu Fakten gelangen, dann zu Informationen und zu Wissen. Wissen, das belegt ist, was getestet werden kann, was verifiziert werden kann und was falsifiziert werden kann und uns Vorhersagen erlaubt. Und das können Götter nicht leisten. Also seid doch still. Ihr könnt doch privat glauben. Lasst uns doch in Ruhe. Ihr betet und wir erledigen in der Zeit des Denkens. Den Rest des Videos lasse ich weg. Ich will ihn ja nicht nur lächerlich machen, denn es ist ja nur noch albernes und sehr kindliches Predigen. Eine geistige Bankrotterklärung. Aber kann man denn überhaupt etwas widerlegen, was lediglich darin besteht, etwas nicht zu glauben? Natürlich nicht. Die Vorstellung ist doch grotesk und absurd. Absurd. Ach manne. Okay, bis zum nächsten Mal und ciao von au.